Ich glaub er Ebola Also dann spießt ihr, der erinnert mich Ich ne Kalker als Baba, was war das? Magst du mal ganz dolle aufladen? Ich will den Scheiß mal füllen Ja aufladen Jetzt hat er es mir geklaut Ja du musst ganz lange gedrückt halten Ok Ich weiß warum ich keine wollte Der wird seines Lebens nicht mehr glücklich Baba Ja Wie genau schreibt man seinen Youtube Channel? So der blaue Mensch der ist aus X-Men So der blaue Mensch der ist aus X-Men Hä? Also jetzt bin ich schon wart Ist es nicht Baba? Wow Wow Oh doch! Warte Alter Ernsthaft? Oh mein Gott Alter Hörg 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 Du hast es dazu und falsch gelesen Hörg 23 kills Ah ja Besser von Skröten Wie? Jetzt schon Warte jetzt schon Wieso wie spät ist es denn Habe ich denn gesagt? Habt du nicht, dass du ins Bett gehst, was du... Hä, ich hab gesagt, 23 Kills, verbesserungswürdig. Adi, du hast das auch gehört, oder? Du hast das auch gehört. Ja, hab ich auch gehört. Ja, ist okay. Sag Bescheid mit dem Hörgerät, Frau. Ist ja von Stürz. Warum wir? Du. Weil ihr schlecht hört, anscheinend. Vielleicht müsst du immer an deiner Aussprache arbeiten. Meine Aussprache ist perfekt. So, eigentlich, ja. Ach, ich dachte, die wäre die erste. Oh, ich weiß, was ich sagen soll, aber ich will nicht, wie das heißt. Fingerlinge? So heißen die Dinger, kennt man. Hallo, hallo! Wollt ihr nicht veräppeln? Ich bin doch jetzt dreimal gehoben. Gammelbappen, mein Haus fliegt bitte. Und wer weiß drüben, der war drüben und der war drüben. Sag, okay. Ähm, okay. Oh, ich bin die Wanderhuhe. Ist das leider jetzt der Gehe. Also, was ist das? Ähm, was hast du... Wie Papaya? Wie, 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 wie? Ich bin jetzt auch nicht mehr glücklich. Ich bin fasziniert, Babam. Ja, ich auch. Immer wieder aufs Neue. Ja, ich weiß. Ich bin auch von mir fasziniert. Ah, die Bestartung. Begraben. Begraben. Ihr Witz da, ihr Witz da eben. Scheiße. Aber was ist eigentlich Rampft-Mord? Das ist das... Wisst nicht. Ja, schön, aus dem Löffel. Das ist... Seemnetz. Ich weiß zwar nicht, wer es kackig ist. Ah! Oh, geiler Start. Der macht Spaß. Ich sage, mit der, der sich durchlangt. Boah, ich hab so'n Feeling, weißt du? Der ist auch so. Der Finger kribbelt und... Der Finger kribbelt und... Was ist denn? Ich wollte noch was sagen. Aber jetzt nennt sich Liebe. Aber ich bin für dich da. Ich unterstütze dich. Ich habe mit der Bestartung auf mich raus. Ich bin voll weg. 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 Das ist aber Traitor. Ich hab's genau gesehen. Ich bin voll weg. Oh! To infinity! And beyond! Oh! 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 Ich kann gar nicht land..! Weil das geschissen hat. Der Notch. Ich ... Oh! Ich bin Baba und hab Glück... Ah! Ernsthaft? NEIN! Ist klar. Ähm... Was hast du denn da richtig innen, oder was? Ich kann das auch! So, so, so... Baba, du Stück Scheiße. Du bist einfach nur ein blödes Arschloch. Aber wie oft hat denn der das Anzie-Ding? Mach sie alle, Bade. Bitte! Ja, ich würd' ja gerne. Kill einfach, Baba. Danke. Oh, did it. Baba, du bist so alt, da geht's nicht. Ja, das ist so. What? Ich bewirrt. Baby, was ist denn das? Oh mein Gott, sind wir dumm! Oh ja, ich würd's jetzt, hab ich's gecheckt. Das war doch eindeutig ein Brot vorher, Alter. Einde. Wo kommen die Leute auf einmal her? Eihihi! Ooo, Mr. Gut, dass du den siebten ankreuzt. Huch! Huch! Lass mal! Dass du damit nicht durchkommst, oh ja. Genau. Gut gemacht, Reza! Was? Ich hab gar nichts gemacht, aber gut. Achso, okay. Aber ich... Ich dachte, das wär Reza gewesen. Ich hab gar nichts gemacht. Hä? Oh, Mann. Jetzt was ich umziehen soll. Aber das ist echt low gezeichnet. Ich komm nicht drauf. Ich hab einen Fein, hab mich dafür verarscht. Oh, was? Wieso muss ich immer so ne Scheiß zeichnen? Was ist das denn für ne Scheiße? Äh, ja. Ich mach alles. Wow! Oh, schneller! Wow! Das ist ein Dreieck. Ich weiß doch nicht, wie der Scheiß da heißt. Was ist das Gegenteil von dem? Äh, Viereck? Auch nicht. Das Gegenteil von Rumpf ist genau das... Das Gegenteil von Rumpf ist genau das... Das ist... Der kann ja auch gar nicht mehr. Das Gegenteil von Heck ist nämlich Rumpf. Wo ist er? Au, au, au. An einem Turm. Kann ich wachen. Versucht ins Loch zu springen und jetzt sind... Schon wieder dieses Scheißloch. Ich will da nicht runter. Egal, ich bin unten. Gott, jetzt ist er tot. Der lache nach Wababaun. Das ist ein Kackbauer. Wir haben es verstanden. Oh, ne. Warten kurz vor seiner Ruhe. Kann sein, aber ich glaube, dass es immer sehr wert ist. Äh, da ist ein Motorrad gerade. Also... Da ist ein Motorrad gerade den Berg hochgeflogen. Richtung... Kiste. Okay. Also habe ich... Keine Hallos. Ähm... Jetzt stellt euch mal nicht so an. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Hast du es jetzt oder nicht? Großes F. Klein E. Also E-Mil. Klein E-Mil. Bredolin E-Mil. Xylophon. Ein Xylophon? Wird Xylophon gesagt? Scheiße. Alter. Was ist das? Was? Get... ...get... ...ge- ... Schreib mal den Scheiß, Mann. Äh... Wie schreib mal den Scheiß, Mann. Oh, jetzt habe ich so einen richtigen Riesenmoment. Moment. Na so wie ich. Ich geb euch mal einen Hinweis. Geil. Weißt ihr, ob das Gynastik ist? Wow. Gynastik? Vielleicht Gynecologino. Und ich wundere mich noch, was ist da denn falsch? Ich bin nach der Suche nach dir. Ich schwöre dir, ich töte dich nicht. Wo ist sie? Okay. Nein. Dann geh ich nicht nach unten. Falschermann. Also ist hier der Strider-Tester gehaut? Hier gerade. Super. Wo ist sie? Die doppelläufige. Da da. Der Aracer. Wo? Walla? Da geht's nicht, du hast ihn genommen und wieder weggeschmissen und ist wieder weg. Nein, eigentlich nicht. Da lag gerade. Ich hab den nicht genommen und weggeschmissen. Er hat sie weggeschossen, Racer. Du meinst die doppelläufige Shotgun, oder? Nee, die Sword-Off. Jedes Mal, wenn Baba die Sword-Off und mir hinschmeißt, ist sie weg. Magie. Ich mach mal mit, Baba. Ich hab sie gefunden. Lol. Alter Marcy. Das ist aber die Bramse. Nur so als Tipp. Beife. Ist halt echt so. Was? Der will nen Führerschein machen. Ja. Na ach halt schon nochmal. Oh Gott. Gott. Nuh 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 n. Ah. Ach. weg grabs gold bis auf aua wap 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 du bist tot wow ich weiß nicht was das ist das ist genau so wie philophon ich war verwirrt da ist jemand tot wer war das das ist so schlimm muss ich alleine gehen was gibt es denn da zu lachen ja was genau tief nach dem ich hasse Bade für diese Aktion für die noch mehr oder was JAS NEEEIN DER HÄTES MAL GETAN bist du nicht auch froh dass du schnitt schnack schnupp gewonnen hast halt die Fresse Hohohohohohoho